Geht es Ihnen manchmal auch so? Vielleicht, weil ein Kollege Sie nicht versteht? Oder weil ein Kunde in letzter Minute doch kein Kunde wird? Oder weil Ihr letztes Projekt sich in letzter Minute doch so entwickelt, wie es wirklich nicht geplant war? Glücklicherweise gibt es etwas, das Sie dagegen tun können und das möchte ich Ihnen in diesem Video vorstellen. Aber fangen wir einmal von vorne an. Ich war früher ziemlich gut darin, sich aufzuregen. Und ich kann mich noch genau an diesen einen Moment erinnern, am Anfang meiner Pokerkarriere. Voller Begeisterung spiele ich diesen Typen aus Brasilien. Es geht gefühlt um einen Haufen Geld, mindestens 10 Euro. Es steht nur noch eine Karte zwischen mir und meinem Gewinn. Voller Zuversicht male ich mir bereits aus, was ich mit all dem Geld machen werde. Und dann kommt die letzte Karte. Und ich verliere. Frust, Wut und Enttäuschung. Ich erinnere mich noch vage an diese Stimme in meinem Kopf, die da flüsterte, Tino, 90% Gewinnchance sind eben nur 90% und keine 100%. Aber ich höre diese Stimme kaum, denn das Geräusch meiner Kaffeetasse ist einfach zu laut, als sie gegen die Wand fliegt. Beim Aufwägen der Scherben beruhige ich mich und schon bald war meine Leidenschaft für das Spiel zurück. Auf meinem Weg vom Amateur zum Pokerprofi lernte ich mit der Zeit eine sehr wichtige Lektion. Und das freute nicht nur meine Kaffeetassen, sondern auch meinen Geldbeutel und meine Nerven. Die Lektion? Nichts ist wirklich garantiert, wirklich sicher. Weder im Pokerspiel noch im Leben. Alles ist vielmehr eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Das Gute an dieser Sichtweise, sie reduziert negative Überraschungen, weil man stets bedenkt, was noch möglich wäre. Und man sucht automatisch nach Möglichkeiten, um die eigenen Gewinnchancen zu erhöhen. In Pokern fängt man an besser zu spielen. Im Falle des Kollegen fragt man nochmals nach, ob er alles verstanden hat. Und beim Kunden drückt man nochmal extra aufs Empathiepedal. Denken Sie heute doch einmal bei Ihren Entscheidungen explizit in Wahrscheinlichkeiten. Und fragen Sie sich, was wäre noch denkbar? Und vor allem, was kann ich tun, um meine Gewinnchancen zu erhöhen? Ich bin mir zu 99% sicher, Ihre Kunden, Ihre Kollegen und vor allem Ihr Dopaminspiegel werden es Ihnen danken.